Mein Name ist Felix Lange und ich bin im zweiten Lehrjahr der Maler und Lackierer Ausbildung. Als Maler und Lackierer kann man kreativ und handwerklich arbeiten, der Beruf ist sehr sehr vielfältig und die Kollegen sind super, es macht einfach mega Spaß. Meine Ausbildung bietet euch praktisches Lernen, finanzielle Unabhängigkeit, ihr kriegt während der Ausbildung wertvolle, wichtige Fachkenntnisse beigebracht, die könnt ihr euer ganzes Leben lang benutzen. Also ich speziell würde mich immer für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, ich bin jetzt zwei Jahre dabei, es gibt jeden Tag was Neues zu entdecken. Man hat immer spannende Aufgaben, ich habe Freunde, die arbeiten auch im Handwerk. Entscheide dich jetzt für eine Ausbildung, klicke auf den Link und erfahre mehr.